hallo leute und willkommen hier bei mir applecat und zur zweiten beta von ios 13.4 und ja hier seht ihr schon was das erkläre ich euch gleich was es damit auf sich hat aber erst mal wollen wir wie immer wissen wie groß war denn die beta und bei mir war sie insgesamt 581,7 megabyte groß auf dem iphone 7 kommend von der beta 1 von 13.4 da kann man sehen da habe ich sie heruntergeladen und installiert und ja was steckt jetzt hier neues drin und die starte mal mit dem obskuren schlosszeichen das ist nämlich hier für apple car key also dass man sein auto wenn das auto das natürlich unterstützt nur dann sein auto mit dem iphone aufschließen kann quasi per nfc eine coole sache für modernere autos auf jeden fall und da wurde jetzt noch was neues entdeckt und zwar dass man diese car key funktion also apple car key auch teilen kann und zwar über imessage wie es aussieht also ihr könntet dann zum beispiel eurer frau gleichzeitig per imessage dann den schlüssel zum auto schicken und da muss dann code eingegeben werden und schon funktioniert das ganze eine sehr sehr interessante sache für mein auto allerdings weniger zu alt dann war hier noch eine kleinigkeit zu finden in den einstellungen und zwar gibt es da ja unter dem punkt siri untersuchen die möglichkeit wo habe ich es denn da unten nachrichten ankündigen das heißt wenn man die airpods zweite generation oder die airpods pro hat dann liest siri automatisch die nachrichten vor wenn ihr eine neue ja wie hier zum beispiel ein message nachricht oder eine sms bekommt und diese möglichkeit das hier einzuschalten die gibt es jetzt auch in einem anderen menüpunkt dafür gehen wir noch mal zurück und in den punkt mitteilungen und da haben wir jetzt auch hier nachrichten mit siri ankündigen und können das dann auch von hier aus einschalten also da spielt apple etwas herum und schaut mal was sie hier mit den menüs wohin verschieben und wo es wahrscheinlich am besten hinpassen würde tja und viel mehr gibt es schon gar nicht zu sagen ansonsten gibt es keine großen neuerungen außer die geschichten die es auch schon beim letzten mal gab das heißt hier die neuen animoji sticker die wir hier haben laden bitte da gab es ja insgesamt neun neue animoji sticker die hier mit dabei waren aber das war alles schon in der beta 1 zu finden eine kleine kuriosität habe ich hier allerdings noch gehabt ich schaue ja immer vor dem update wie viel speicherplatz habe ich denn hier noch frei auf meinem gerät und das habe ich auch hier getan und das waren dann 70,9 gigabyte die hier noch angezeigt wurden als frei dann habe ich das update runtergeladen aufgespielt und dann schaue ich immer nach wie viel wurde denn frei geräumt da stand plötzlich 91,14 gigabyte das wären ja sagen wir mal gute 20 gigabyte hier frei geräumt worden wären und das ist echt sehr kurios kann eigentlich gar nicht stimmen ich meine ich hatte zwar schon dass da temporäre daten und sowas im hintergrund gelöscht wurden aber 21 gigabyte oder die waldfee wo sollen die denn her kommen tja wird hier immer noch angezeigt mit 92,3 gigabyte frei also da bin ich jetzt echt überrascht glaube einfach aber dass hier die erste anzeige mit den 70 gigabyte einfach verkehrt war also das nur als kleine kuriosität nebenbei so natürlich habe ich noch den geekbench drüber laufen lassen wie immer freunde kennt ihr ja schon von mir das sind dann hier die werte 3374 im single core score und 6073 im multi core ihr wisst über 6000 im multi da bin ich immer happy mit das finde ich gut das ist eine ordentliche leistung und im vergleich zur vorherigen beta haben wir naja fast 200 punkte im single core verloren und dafür 13 pünktchen im multi core zugelegt also das sind so änderungen ach das geht ein bisschen hoch bisschen runter im prinzip unverändert und es läuft auch alles hier noch gut ein bisschen dunkel gerade und schnell flüssig alles soweit gut ich hatte keine größeren abstürze klar die beta ist erst seit einem tag draußen aber soweit finde ich ist das hier schon eine ganz gute release nummer und es wird ja gemunkelt dass wir im märz ein apple event bekommen wo dann das neue iphone 9 vorgestellt wird und vielleicht noch ein paar neue ipad pro modelle und ja die vermutung ist dass dann auch die version 13.4 also dass sie immer noch das alte bildchen 13.4 offiziell dann erscheinen wird mit den neuen iphone was war es noch neuen modellen so werden sie ja wahrscheinlich heißen also da bleiben wir mal drauf gespannt und zum abschluss habe ich noch ein kleines gerücht nicht für ios 13.4 oder ios 13 nee dann geht es um ja denkt euch das mal so ios 14 denn da wird gemunkelt dass apple darüber nachdenkt dass man dann eigene standard apps auch von drittanbietern auswählen kann das heißt zum beispiel wenn ihr jetzt per e mail hier einen link geschickt bekommt ihr klickt drauf dann öffnet er sich immer mit safari auch wenn ihr vielleicht die google chrome browser drauf habt oder irgendwas anderes und ihr könnt auch nicht einstellen dass dann standardmäßig zum beispiel google chrome benutzt wird zum öffnen sondern das ist immer safari und das gleiche gilt dann auch hier bei der musik zum beispiel und bei verschiedenen anderen geschichten und ja es kann sein dass apple uns dann erlaubt dankeschön apple das wäre eine feine sache dass wir aussuchen können welche standard app dort hinterlegt wird quasi wie man das vom computer her kennt oder auch vom mac also das noch als kleines gerücht auf ios 14 und soweit wäre es das für heute gewesen freunde ich bedanke mich fürs zusehen und sage tschüss bis zum nächsten mal euer me apple cat macht's gut